Mann, boah, hast du warm schon, du packst es. Ben, in dein Gesicht. Noch mal in dein Gesicht. Voll in dein Gesicht. Da hat er gewonnen, der Deko. Ich bin Mike Tyson, ich beiß dich noch. Sehr, sehr geil. Okay, shit, alter. Hallo, liebe Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Mit einer neuen Avalanche-Map. Wie schlückt man das aus? Avalanche. 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 Mit dabei auf jeden Fall sind die Losers, die heute schon Deko und Map-Bosser. Jungs, wo was geht? Und die Kämpfer und ich sind wieder in einem Team. Alli, hallo. Ja, wir sind in einem Team und wie es aussieht, laufen wir. Auf dieser Map kann man jetzt endlich auch sehen, also als Sniper, also als Flugzeuge. Oh, warte mal, schieß da drauf. Ach, krass, okay, Leute, ihr kennt das ja schon aus den letzten Folgen. Wir müssen hier hochlaufen, um das andere Team zu ballern und versuchen, uns runterzuballern. Also, guck mal, warte, wir erklären mal kurz, da oben stehen die Jungs. Wie können mit Sniper die Sachen hier unten machen? Ja, das kommt doch. Da kommt das alles. Was? Ja, wie ist es eure Angst? Ja, natürlich nicht. Alles auf einmal genau, als ob man das überleben kann. Natürlich nicht. Lol. Er fällt. Oh, ich bin ja auch, aber. Alter, Veli. Das kannst du doch nicht überleben. Oh Gott, das war, oh Gott, die fester, die fester, die fester. Es ist doch nicht möglich, oder? Was zum Fick, Alter. Was, wie hast du das überleben? Nein, 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 die großen Sachen. Oh Gott. Nein, ich versuchte es ab. Noch lebt, ich lebt noch. Oh, ich wurde überrollt. Oh, das war aber knapp. Ich wollte gar nicht. Danach war nichts mehr, glaube ich. Oh, ihr habt es geschafft, Leute. Er ist so geil. War das ein Chaos. Alter, Flugzeuge einfach. Dass man hier auch noch sehen kann, was die anderen machen als Sniper oben, wo man guckt, das macht jetzt noch einen Ticken schwieriger, ob man das perfekt uptimen kann, aber ich glaube, das ist einfach die Lawine des Todes, die sich hier ergibt. Also ich glaube, da gerade eben wurde nicht geguckt, wo wir sind, aber die haben einfach alles auf einmal runtergeballert, glaube ich. Ich habe ein Flugzeug abgeballert und das war ganz oben, das hat alles mitgerissen. Also müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht das Flugzeug oben, zumindest wenn ihr das strategisch machen könnt. Ja, es sei denn, wir wollen das machen. Ja, wenn ihr das machen wollt, dann ist das an. Wir sind im Brechenwald und jetzt geht es nach oben. Achso, und jetzt sehen wir euch hier sozusagen, da unten, da sind sie, achso, ne? Seht ihr das eigentlich, wenn ich jetzt hierhin schieße, so? Ja. Die Schüsse auf den Container sehen wir auch. So, wieso explodiert er nicht? Natürlich explodiert er nicht. Der ist ein Container, der braucht schon ein bisschen mehr. Ich sehe nichts, wieso, wie soll das denn? Oh fuck. Oh fuck. Das geht los. Oh fuck. Okay, ich habe aber die erste Hand losgeschossen. Bin ich jetzt safe? What? Oh, nein. No! Ich bin dafür alles, ich bin dafür alles. Alter. Alter. Nein, 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 nein. Alter, das könnt ihr nicht überleben. Da los. Geht ihr kaputt? Er bleibt stehen. Das kann man nicht überleben. Wo ist er? Komm, komm, jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Was? Nice. Dick hat überlebt. Hab ich es geschafft? Er läuft da hoch. Da ist er. Er hat es wirklich geschafft. Ich habe es geschafft, Deko lebt. Nein, letztes Element. Komm schon, die müssten da losgehen. Los. Was, da kommt noch Bombenfässer runter? Ja, ich mache jetzt Bombenfässer. Du kannst zoomen, Dana. Wo ist denn die Bombenfässer? Ach, da. Ich muss ran zoomen. Dort. Ah, ja, ich sehe es. Jetzt sind alle durch, ne? Wo? Was? Jawohl. Komm schon, das ist ein Rumpier. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Ja. Was? Die dritte hat nicht gebrannt, ihr Trottel. Nein. Ich könnte ihn ja jetzt sniper haben. Die dritte hätte mich wahrscheinlich gekillt sogar. Ey, wir hätten die Bombenfässer. Ich habe die auch nicht gesehen. Man musste ran zoomen, dann hat man die erst gesehen. Alter. Ja, danke schön auch, ne? Jetzt sind wir Kanonfutter. Alter, ein Schuss. Ein Schuss, zwei Treffer. So läuft das, Deko. So der Dodge King. Hä? Alter. Deko ist, aber ich glaube, hier ist mehr Glück als können, glaube ich. Alter, das ist... Alter, da kam so eine Wand auf mich zugerasst, ne? So geil, so krass. Macht ihr eine Ninja-Rolle mit der Waffe oder macht ihr ohne Waffe? Stimmt, Ninja-Rolle, kann man. Wie macht man Ninja-Rolle auf... Ich glaube, du musst rechtsklick Ziel machen und dann Leertaste. Ja. Das ist nämlich geil, weil dann machst du dich richtig klein. Aber gibt es hier überhaupt Waffen? Ich glaube nicht. Bei der letzten hatten wir, glaube ich, Waffen in der Hand, oder? Ich bin mir nicht mehr in der Hand. Ja, das letzte Mal hatte ich Waffen in der Hand. Ich bin mir nicht sicher. Ja, nur ein Messer letztes Mal. Jetzt hast du ein Schlag... Warum geht denn da... Da fällt jetzt schon was runter? Oh Gott. Leute! Ich habe mich fast erwischt, Alter. Okay, was wollen wir als erstes runterschicken? Ein Schlagring habe ich. Aber damit kann man nicht zielen und klein machen. Es kommt auf... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, ein Bus erstmal, ne? Schnell. Auf die andere Seite, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Flieg! Flieg! Wie macht man sich nochmal einen kleinen Haufen? Flieg! Oh Gott, Scheiße. Dirk, warte, jetzt ist mir nichts. Oh Gott, jetzt ist mir nichts. Was soll ich denn machen, verdammt? Aua. Scheiße. Das ist der Tsunami. Alter, ich nicht, ich nicht. Das ist der Tsunami. Oh, oh, nee. Oh nein, der Flugzeug. Nein, der Käff hat sich versteckt da. Ich versuche hier vorbeizukommen. Oh Gott. Aber Alter, da ist ja noch ein Flugzeug. Ich habe Angst. Aber, oh, ich komme nicht hoch. Ich sehe nichts wegen dem Ball. Oh Gott, das Flugzeug kommt. Das Flugzeug kommt. Das ist ein Gaspatroner, muss ich auch passen. Oh shit, der fliegt hoch. Ich sehe nichts wegen dem Gras. Scheiße. Ach, du Heilige. Oh Gott, jetzt kommt es. Da kommt alles. Oh Gott. Los, du musst schnell ab. Nein. Hilfe. Nein, nein. Alter, ich bin perfekt. Lauf, lauf, lauf. Ey, das sah aus, der ist getroffen. Alter, ich bin perfekt durch die Reifen. Okay, wir müssen weiter weg voneinander laufen. Oh Gott. Damit wir nicht beide getroffen. Oh nein. Oh Gott, das war knapp. Ich habe es. Nein. Ich habe es. Nein, ich lutsche. Ich lutsche. Nein, Käff. Haben wir noch was? Käff. Ich bin tot. Ich bin tot. Shit. Wir müssen doch was haben. Wo ist jetzt noch was? Ich glaube, die haben nichts mehr. Ich glaube, die haben nichts mehr. Ich glaube, die haben nichts mehr. Wo sind denn die Fässer? Lauf, 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 lauf. Oh Gott, ich war jetzt voll schnell. Nimm schnell den Raketenwerfer und vernichte sie. Ich bin oben. Nein. Ich vernichte sie. Ich habe keine Fässer gesehen. Was? Wie das denn? Das war ein Bug. Wie schlecht kann man sein? Guckt euch bitte meine Aufnahmen an. Wie viel Pech hat man denn bitte in GTA? Ich schaue es mir an. 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 100 pro. Das ist dieses unsichtbare Element von den Containern. Ja, äh. Nice. Muss ich das wissen? Geil. Wie geht das denn? Also mich verfolgt irgendeine Pechsträhne. Was habe ich falsch gemacht, Jungs? Also irgendwas, irgendwas, der GTA-Gott ist vollkommen ewig gestellt. Dein Glück war einfach aufgebraucht, als du nach oben gegangen bist. Die ganze letzten Folge. Es ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt gewinne ich mal, sozusagen. Schaffe es. Und natürlich mich selbst, ohne dass ich weiß, warum. Aber Avalon scheint auch dein Ding zu sein. Das war auch schon in der letzten Aufnahme, da bist du durchgefuchst. Leute, wir haben verloren. 3 zu 0. Ich glaube, wir machen noch eine Weile hinten dran. Also Leute, wir sehen uns in einer Sekunde. Bis gleich. Bis gleich. So ihr Lieben, zweite Map, neues Glück. Die Teams haben sich randommäßig durchtauscht und wir haben was Neues. Einen Killer Run. Das sind Parcours-Elemente, die wir im Team schneller machen müssen. Und das Team, das am schnellsten ist, kann das andere abschießen. Also noch was geileres. Also Trainer, gib dir Mühe, Mann. Gib dir Mühe. Diko, wir müssen. Wir haben die Embrace-Boss-Boss-Boss. Oh, kein Problem. Ja. So, Killer Run. Wir machen die kaputt, oder? Machen wir das. Alter, ist das geil? Okay, okay. Beeilen. Einfach nur beeilen. Rennen, 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 rennen. Nee, nee, vielleicht müssen wir auch einfach gucken. Hopp. Ich mach das nichts schnell jetzt. Nee, ich bin schon gestorben. Hier musst du aufpassen, hier beim Strom. Ja, ich bin ja schon direkt in erstem Runde gefallen. Nein. Bis jetzt schon runter gefallen? Ja, ich bin gesprungen, um da hoch zu kommen. Und was hat er gemacht? Er ist gerade ausgesprungen in den Abgrund. Ist das denn ernst? Nein, meiner ist gestorben. Nein, ich bin auch gestorben. Was? Ja, Mann. Ja, wir haben gewonnen. Ich bin noch drauf. Was? What the fuck? Man respawnt ja gar nicht, ne? Bam, 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 Dina, der erste Punkt geht, geht, geht. Oh, 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 oh. Ist echt doof. Ich hätte doch viel sicherer spielen können. Ich dachte, man respawnt. Ja, bitte. Aber worum geht's jetzt? Einfach, wer zuerst da ist oder wie? Wer zuerst den Parcours schafft, der findet Waffen am Ende und kann alle töten. Aber du musst natürlich sicher spielen, Dina. Du musst sicher spielen. Sicher, aber schnell. Weil ich könnte ja schneller sein. Ja, du, da war ein Loch oben. Du bist, ähm, mal was, du bist abgesprungen, hast du es locker geschafft. Das ist schwierig. Du musst richtig stehen. Und ich bin an der, dachte ich, selben Stelle abgesprungen und bin geradeaus in den Tod gesprungen. Vielleicht ist der GTA-Gott auch immer noch gegen mich, das weiß ich nicht. Hier siehst du, das Ding anfangen einfach. Ja, aber du wirst genau da vorne stehen und dann. Ja, ungefähr da. Schau, ungefähr hier bist du abgesprungen. Soll ich? Ja, komm. Die ganze Zeit nach vorne gehen aber. Nach vorne gehen und springen. Und, oh. Ja, genau. Scheiße, die sind schon sehr, sehr schnell. Ey, ich hab's nicht in den Strom-Dinger, ne? Oh, Alter, man, der wird fast runtergeglitscht. Nein, nicht in den Strom. Ja. Ich hab nichts gemacht und der ist einfach in den Strom. Er liegt da. So, ich bin jetzt bei den Reifen wieder. Ich glaub, du musst anvisieren mit Rechts-Dinger, dann ist es leichter. Ey, ich... Ey, guck mal, wir werden... Nein. Ja, ich bin... Hallo, steig doch mal an hier. Der Strom, der hat uns wieder geändert. Hey, wie könnt ihr mit Rechts-Dinger anvisieren? Ich kann nicht anvisieren. Ich wäre schon wieder da gewesen. Ey, geht auch beim... Dieser Strom, wie machst du das? Gehst du außen rum oder mittig? Ich geh mittig. Das ist auch komisch irgendwie. Komisch. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Ja, aber man muss mit Rechts-Klick, muss man sozusagen... Wie sieht ihr denn an? Ich hab'n Baseball-Steger, damit kann man nicht anvisieren bei mir. Nee, ich mach' gar nichts. Du kannst SDRG drücken, dann schleichst du. Drückst du gedrückt oder einmalig? Ich renne einmal durch. Aber einmalig drückst du SDRG zum... Ja, ja, ja. Ja, renn da durch. Ich will jetzt mal bitte weiterkommen, ja? Also... Ach so. Sprinte, bitte. Macht lieber dann langsam. Du hältst deinen Schnauzen, Marvin. Nein! Boah, ich hab' was rausgekriegt, Alter. Oh Gott, schon wieder bin ich gesprungen statt hoch. Und dann bin ich geglitschen, aber doch um. So, okay. Du schaffst das. Du bist unser Mann. Und? Ach, da links sind die sozusagen. Okay. Erste Stromding haben wir. Oh nein. Ich bin berührt. Nein. Er ist mittendrin. So. Wir gehen, wir gehen. Hä, ich hab's doch nicht berührt. Oh, Deko, schneller, was? Ist das Glück, wenn man da durchkommt? Ey, ganz ehrlich. Alter, Marvin ist so schnell. Nein, Deko ist bei mir. Alter. Ich berühr's gar nicht, Leute. Ich berühr's gar nicht. Ich habe es locker nicht berührt gerade. Du musst ruhig laufen, lass es liegen. Dahinten ist Deko. Ah, wow, 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 wow. Was? Er hat es geschafft? Komm schon. Warum nicht, Leute? Warum nicht? Nein! Nein, das kann nicht wahr sein. Die Götter haben sich gegen mich verschworen. Scheiß Strom, ich spring da wieder. Ha. Ich hab den Triumph. Nein, Deko, ich kann nicht zu helfen, komm. Ja, Mann. Na, Bossa, du packst das. Nein, nein. Ach, was? Nein. Geh, Bossa, du bist. Lol. Ja, Mann. Jawoll. Jawoll. Aber Bossa, die bei allen ausgewichen ist, ne? Alter, Pro Bossa hat das Ding hier in Landau. Aber geil, Alter, wie geil ist das denn? Ich war zuerst da. Schade, dass wir das nicht gerafft haben. Jetzt haben wir ja schon verloren. Ich würd sogar sagen, lass das Ding nochmal wiederholen. Man kann ja hier Wiederholung drücken. Wiederholung? Lass es direkt wiederholen, dann brauchen wir auch kein Cut machen. Irgendwo ist das, wo ist das? Wo ist das? Hä, geht gar nicht hier. Erstmal gefällt mir drücken vielleicht. Und dann im nächsten Bildschirm geht's. Wenn alle jetzt gefällt mir, rutsch ab. Ja, genau. Dann geht wiederholer. Dann geht's weiter. Alle drücken gefällt mir, Leute. Ich hätt aber noch einen anderen Killer Run, wenn ihr was anderes haben wollt. Es ist aber geil, Alter. Ich will das nochmal durchziehen. Oder wollen wir einen anderen Run machen? Du hast einen anderen Run machen. Machen wir einen anderen Run. Sehen wir uns gleich in einer Sekunde wieder. Bis gleich. Wir sind wieder zurück, Leute. Es ist ein Killer Troll Run. Und ich bin auch noch ein Team mit dem Deko. Jetzt wird's nice. Jetzt rasieren wir zurück. Der, der, der zeigt was. Ja, da hinten sind die so ein bisschen arme, ne? Weil ich Spanisch kann, kann ich euch sagen, da oben steht. Ihr müsst direkt am Anfang nach rechts laufen. Was? Da steht nach rechts laufen? Ja, direkt am Anfang rechts rausspringen. Das heißt, wir rennen jetzt wieder gegenseitig. So wie das letzte, so wie das letzte Map. Wir schauen uns das aber erst mal an. Ich weiß, ich weiß, ey, warte mit dem Auto. Es gibt auch so Maps, wo der, wo die einen laufen und die anderen müssen sozusagen Sachen auf sie runter regnen lassen. Aber halt irgendwie auf einem Parcours. Nicht so, dass alles runterrutscht. Ja, das ist der Death Run. Den gibt's auch noch. Ja, das finde ich cool. Das würde ich ja nochmal spielen, ne? Ja, das können wir auch nochmal machen. Alter, what the fuck? Hier sind sogar noch Motorräder. Hä, soll ich jetzt hier durchgehen oder nicht? Ja, du musst links lang, links. Hä, boah. Das sieht man ja null. Komm schon, Motorrad soll ich jetzt... Oh, fuck. Komm, steig. Hä? So, ich bin auch auf dem Motorrad. Wohin muss ich denn? Muss man zu Fuß oder mit Motorrad? Ich weiß es nicht. Ich war auch mit dem Motorrad. Scheiße, seid ihr schnell. Fuck, okay, okay, okay. Ihr seid hier halt da vorne. Ich nehme orange. Das ist eine schnelle Farbe. Auf geht's, ne? Nein. Ich muss wegsnipern. So. Wow. What the fuck, Mann? Wer schießt da schon und was? Schnell runtergehen. Das ist ja geil, Alter. Das ist ja gut. Alter, wir brauchen Granatwerfer. What the fuck? Was zum Henker? Hilfe, was soll ich mir machen? Wir brauchen Granatwerfer. Nein, ich habe hier einen... Ich habe mich selber weggesprengt. Mobusse, nein. Oh, Mann. Wer hat sich selber weggesprengt? Ich habe den Granatwerfer gegen die Wand geschossen. Das ist Pro-mäßig. Wo ist der? Ja. Ins Gesicht gewonnen. Boom. Aha. Bei dem ist es noch wichtiger als erstes da zu sein, weil dann kann man richtig durchrotzen. Aber so heftig finde ich das gar nicht, weil... Ich finde das cool, dass man sich auch noch verstecken kann. Das ist so was richtig Geiles einfach nur. Ja. Ja, die Map finde ich cooler als die anderen. Sobald, wenn du einmal unten bist, bist du eigentlich gefickt. Wie? Wenn du einmal unten bist, bist du eigentlich gefickt. Ohne Motorrad. Mit Motorrad. Mach keinen Unterschied. Mit Motorrad. Mit Motorrad. Ich würde sagen ohne, oder? Wenn du einmal unten bist, bist du eigentlich gefickt. Weil das Hochgehen auf den Container dauert ja wieder, während du... Wenn es nur beschossen werden kann. Ja, stimmt. Also mit oder ohne Motorrad? Mit allem, was hier auf der Map da ist. Keine künstlichen Einschränkungen hier. Wo müssen wir lang gehen? Rechts oder links? Links, links. Hier? Nein, Leute, falsch! Was? Das war falsch? Niko, oh shit, Mann! Oh Mann, die sind schon so weit jetzt. Wir müssen jetzt durchrushen. Okay, rushen wir halt. Alles, Kärchen. Go, 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 rushen! Motorrad! Nein! Motorrad! Fuck! Oh, Vorsicht! Nicht verkeken! Ah! Alter, hier. Oh, der, du schaffst das! Lol! Naja, ne, mal schauen wir mal. Ich will auch! Ah, das heißt, sie haben schon ihre Waffen, sie haben schon ihre Waffen. Ich bin jetzt unter Wasser. Ja! Ich hab einfach nur random geballert! Oh Mann! Was, haben wir schon gewonnen? Oh, ja, wir haben gewonnen! Deko springt! Ich bin getroffen, bevor ich Waffen hatte. Was, Marvin steht da unten? Ja, er tötet mich! Was? Und was? Ja, wer ist runtergefallen? Ich bin gerade runtergesprungen, weil ich dachte, ich bin gewonnen. Marvin, wo bist du? Komm her! Ich bin runtergefallen, ist Wasser! Ist das euer Ernst? Aber wo? Marvin, bleib stehen! Alles klar! Und da trennen wir aufeinander! Los! Und da warst du mal Wasser, du packst es! Alter! Und da warst du mal Wasser, du packst es! Ich warst das Support! Es will einfach nicht! Triff doch mal was! Ich treffe dich ganz gerne, aber er macht keinen Schaden! Ich hole dich mal mal! Das ist doch kinder, Alter! Mann, boah, hast du da kommen schon? Du packst es! Bam, in dein Gesicht! Noch mal in dein Gesicht! Drück ihn unter! Voll in dein Gesicht! Da hat er gewonnen, der Deko! Mann! Ich bin Mike Tyson, ich beiß dich noch! Sehr, sehr geil! Okay, shit, Alter! 0-2-2! Dritte Runde! Ich bin auch gerade echt in diesen Scheiß-Elektro-Kram reingeraten, ne? Davor habe ich Kev noch gewarnt, da wollte Lauschen reinauschen! Ich glaube, es ist immer recht cool, ne? Ich war nicht in den Waggon, war dieses Elektro-Ding! Ah, nee! Das ist aber echt cool! Trottel, Marvin! Diese Teile machen echt Spaß, muss ich sagen, ne? Ja, Killer Run ist geil! Es kommt noch darauf an, wie man dieses eine Element halt schafft, ne? Wo man dieses Sneak-Muster! Aber was Lena jetzt meint, das ist der Death-Run, wo man auch nochmal Sachen runterschießen kann. Den können wir auch gerne das nächste Mal machen, der ist auch richtig episch! Seien, was drauf! Ja, wo man schießt, der mal eine Partour läuft, ne? Genau! So, jetzt beeilen! Und Lena! Zusammen! Oh, Leute! Springen! Ich dachte, ich bin der Kluge, weil ich hier im Auto fahre! Oh, Leute! Was ist das denn? Ach, hier ist Auto, ne? Ich bin gegen... Da ist der Elektro-Chako! Oh! Oh, Shit, Deko, da muss ich beeilen! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Fahr, 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 halt sie auf Abstand! Wow! Go, go, go! Bars ist der orange Motorrad, Leute! Alter, Shit, Marvin ist schon da! Ich muss schnell nach hinten, hinter die Container! Oh, oh, oh! Nein! Alter, ich hab... Nein! Es war so close! Ich hab's verstanden! Ja, voll! Nein, Shit! Deko, du musst das machen! Fuck, 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 wir müssen auseinander! Wir müssen auseinander! Ah, ich hab eine Scheiß! Wilco, du musst... Wie verarbeitet man jetzt die Waffe, wenn man... Non, Shit! Das macht er richtig nicht gut! Nein! Ja, Mann! Oh, das scheiß Nachbar! In dein Gesicht! Ey, bald Lenkraketenwerfer! Wieso haben wir gewonnen? Puh! Ich bin runtergefallen, Alter! Ja, bald Lenkraketenwerfer, das Motorrad anvisiert anstatt euch! Ja, Mann! Ey, das... Ich konnte nicht zielen damit, so ne Scheiße! Alter, das ist ja richtig gut, dieser Trick! Boah, Dillard, du musst dich auch noch ein bisschen anstrengen! Jetzt machen wir richtig Action! Ja, ich weiß... Pff, ne? Hm... Wir müssen gewinnen! Okay, jetzt haben wir kein Wetter! Gewinnt die zwei, das ist die entscheidende Runde, richtig? Ja? Also, es ist immer noch ein Match bald für die! Komm schon! Aber auch ein Match bald für uns oder nichts? Ne, wir haben das einmal gewonnen! Ja, oder steht es 1 jetzt? Steht 2 zu 1 jetzt! Ach so, ich dachte wir haben schon auch einen zweiten Kill! Ne, ne, ne! Oh, ist... Ey, kann man jetzt leichter abrutschen oder? Ich nehme links, du rechts! Und... Lauf, lauf, lauf! Oh, die sind mehr Risiko gegangen! Ich bin richtig durchgesprintet, Alter! Ich bin schon drüben! Was? Hör, er steigt nicht ein! Steigt in das scheiß Motorrad, Junge! Hauptsache, er wechselt das Motorrad an! Hier, Rot, Orange! Jetzt bin ich auch mal hier vorne dabei! Halbwechselmögliche! Ich bin auch! Veko, ich lass das hier stehen! Fah, 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 fah! Kev! Und? Okay, rüber, 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 rüber! Juck, juck, juck! Oh Gott, rüber, rüber, komm! Da wären die ersten Sachen geschossen! Nein! Nein! Ich habe nicht drauf geschossen! Ich habe auf die Person geschossen, war das nämlich! Was hat dieses scheiß Motorrad hier unten? Fuck! Wo ist Dena? Dena, komm hoch! Nicht so nah, nicht so nah dran! Nicht so nah dran! Die schießen uns dagegen! Wo ist der Dena? Ich habe geschossen! Ich habe geschossen, ich muss mal eben Raketenwerfen wiederholen! Oder du wechseln! Wie wechselt man die Waffe denn, wenn man auf demselben Slot ist, sozusagen? Tab! Tab Gerücktheiten! Wo ist er denn? Hä, ich meine, du wechselst ja die Waffe, so! Und dann hast du bei Lenkraketenwerfer 2, sozusagen, zur Auswahl! Ja, das ist gut! Dreh jetzt mal! Hä? Dreh mal das Mausrad! Ja, ich dreh das Mausrad, bin nicht bei Lenkraketenwerfer! Nein! Du musst Tab Gerücktheiten! Überschiff, äh, über, äh, Festschild hast du! Junge, wo ist er? Ah, jetzt verstehe ich! Okay! Okay, muss auffassen! Dena muss auffassen! Oh, da kommt was! Oh! Wo ist er denn? Alles, alles gut hier! Du darfst nicht so nah an die Dings an die Container gehen! Er kommt einfach nicht hoch! Was macht, was treibt der denn? Juck mich nicht! Was haben wir hier? Deko, was treibt der Junge denn? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er macht! Chillen, weißt du! Er hat einen teuflischen Plan! Jetzt geht's um die Wurst! Also, wenn ihr jetzt gewischtet, dann habt ihr das Ding, ne? Ich wär grad eiskalt fast runtergesprungen, ne? Pass auf! Ja! Hedda! Putz! In den Kopf! Voll ins Gesicht! War ich denn geklettert? Mann! Alter, da hast du das Beste gegeben, ne? Ich hätt, hat die Granate noch getroffen? Puh, Deko! Echt krass! Ich wollte da Parkour-Age machen und auf euren und euren Parkour machen und dann rüber gehen! Das ist wie geil, Mann! Da dachte ich, ich hol mir Dena, wenn er sich da versteckt, aber... War ne richtig krasse Wunder auf jeden Fall! Es hat heute mega viel Spaß gemacht, Leute! Wenn ihr das genau so seht, dann schreibt in die Kommentare ein Feedback, wie ihr diese Deathmatches... Dena, gib Daumen runter! Daumen hoch natürlich! Daumen hoch für uns und dann sehen wir uns in drei Tagen wieder! Macht's gut, bis dann! Ciao, ciao! Bye, bye! Ciao!